Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 3. Juni und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. In diesem Podcast reden wir grundsätzlich über Geld, klar. Und wenn es um ihre ganz persönliche Geldmenge geht, dann sprechen wir in den allermeisten Fällen in einem positiven Kontext darüber. Nämlich, wie können sie das Geld vermehren, das sie bereits besitzen? Heute wollen wir mal eine ganz andere Perspektive einnehmen. Haben sie schon mal mehr Geld ausgegeben, als sie besitzen, sich also verschuldet? Tatsächlich sind knapp 9% der Erwachsenen in Deutschland sogar überschuldet. Und besonders bei jungen Menschen in Deutschland greift die Shopping-Philosophie Buy Now, Pay Later immer stärker. Einige Influencer stehen deshalb schon etwas länger in der Kritik. Sie sollen auf ihren sozialen Kanälen mit der Nutzung von Zahlungsdienstleistern wie zum Beispiel Klana zu hemmungslosen Kreditaufnahmen verleiten. Eine ziemlich große Debatte, der sich eine Frage ganz besonders anschließt. Wenn ich einmal in der Misere bin, wie komme ich da wieder raus? Eine Antwort darauf kann die Nutzung bestimmter Apps sein, die mir helfen können, meine Finanzen besser zu regeln und mein Budget besser zu planen. Ein Unternehmen, das genau so eine App entwickelt hat, heißt Fabit. Und die Idee hat die Star-Investorin Verena Pauster vor ein paar Tagen auf dem OMR-Festival in Hamburg so überzeugt, dass sie jetzt in genau das Start-up investieren will. Warum Frau Pauster so überzeugt ist, wie das Geschäftsmodell des Start-ups aussieht und wie sie als Privatanleger in solche Ideen investieren können? Das fragen wir sie gleich im großen Interview von heute. Und wir starten wie gewohnt mit unserem Börsenupdate und das kommt heute von meiner Kollegin Anke Reetzmer in Frankfurt. Anke, ja am letzten Handelstag vor Pfingsten konnte der DAX seine erst gute Laune nicht wirklich halten. Warum? Ja, erst sah es eigentlich ganz gut aus. Die Zins- und Inflationssorgen und Kriegssorgen der vergangenen Wochen, die schienen so ein bisschen wie weggeblasen. Der DAX war so ungefähr 0,6 Prozent im Plus. Die anderen europäischen Indizes auch. Aber dann am Nachmittag kamen halt sehr, sehr starke US-Arbeitsmarktdaten für Mai. Die Unternehmen haben deutlich mehr Personal eingestellt als erwartet. Nämlich um 390.000 stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft. Und ja, das war eben überraschend viel. Und so keimten die Zinssorgen wieder auf. Also die Sorgen, dass die US-Notenbank eben die Leitzinsen deutlich in die Höhe hebt, weiter in die Höhe hebt. Und so gab der DAX und auch die anderen europäischen Indizes ihre Kursgewinne wieder ab. Die US-Börsen haben auch im Minus gestartet. Und ja, jetzt ist es sogar so, dass auch die europäischen Indizes minimal ins Minus gerutscht sind. Der DAX ist jetzt deutlich unter 14.500 Punkten. Also insgesamt eher schlechte Stimmung an den Börsen. Jetzt stehen ja Anleihen auch wieder ziemlich im Fokus in letzter Zeit. Lassen Sie uns deshalb nochmal auf den Anleihemarkt schauen. Wie sieht es da aus? Ja, der Anleihemarkt hat die Zinswende, also die wieder straffere Politik der Notenbanken, schon mehr oder weniger vorweggenommen. Seit Jahresanfangs sind ja die Kurse der marktbestimmenden zehnjährigen Staatsanleihen, nämlich in den USA und in Deutschland, schon mehr als zehn Prozent abgesagt und die Renditen im Gegenzug deutlich gestiegen. Die deutsche Bundesanleihe, die hat ein Achtjahreshoch erreicht bei aktuell 1,27 Prozent. Und die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe, die hat sogar schon die drei Prozentmarke überstiegen, liegt aktuell knapp darunter. Also da haben die Anleger halt schon, setzen schon voll auf steigende Zinsen. In der kommenden Woche wird es ja auch in der Eurozone dazu Neues geben, wenn nämlich die EZB entscheidet über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Und da rechnen Ökonominvestoren ja auch damit, dass die EZB ihre Zinswende beschließt und ankündigt, die Anleihekäufe zu beenden und auch, dass der negative Einlagensatz ausläuft und womöglich sogar die erste Leitzinsanhebung seit elf Jahren angekündigt werden könnte. Das werden wir natürlich mit Spannung verfolgen hier im Podcast. Anke, lass uns zum Schluss nochmal einen kurzen Blick auf die Einzelwerte werfen. Was ist dir heute aufgefallen? Ja, da standen Adidas und Puma, die Sportartikler, im Blick. Die sind zwischenzeitlich um bis zu 1,7 Prozent nach oben gesprungen und zwar, weil es bei Konkurrenten gute Geschäftszahlen gab und das schlägt halt oft dann immer schon auf die Branchenstimmung nieder. Der Yoga-Bekleidungsspezialist Lululemon, der hat ein Quartalsergebnis über den Markterwartungen gemeldet und deswegen auch seine Gesamtjahresziele angehoben. Und das hat eben auch hier für gute Laune gesorgt. Und außerdem hat der italienische Rüstungskonzern Leonardo, der ist um knapp vier Prozent auf ein zweieinhalb Jahreshoch hochgesprungen, weil Insider zu wissen glauben, dass Rheinmetall ein unverbindliches Angebot abgegeben hat für eine bestimmte Sparte von Leonardo, nämlich für die Geschützbausparte. Die heißt Otomelara. Und ja, da wird jetzt eben spekuliert, ob das ein gutes Angebot ist oder nicht. Aber der Aktienkurs für Leonardo ist schon mal in die Höhe gesprungen und auch der von Rheinmetall. Die Aktien sind auch um bis zu 3,5 Prozent gestiegen. Ja, und heute wird es so sein, dass mit dem Börsenschluss in Deutschland um 17.30 Uhr nicht wirklich Schluss ist. Die Anleger werden auch heute Abend noch sehr gespannt sein, nämlich was die deutsche Börse bei ihrer regelmäßigen Überprüfung der Indizes der DAX-Familie entscheidet. Da gibt es wahrscheinlich dann Bewegung im Leitindex DAX. Es wird erwartet, dass der Kosmetikhersteller Beiersdorf in den DAX zurückkehrt und wahrscheinlich auch der Rüstungskonzern, über den wir gerade schon gesprochen haben, Rheinmetall. Und es werden wahrscheinlich weichen müssen der Bauzulieferer Heidel Zement und der Essenslieferant Delivery Hero. Aber wie gesagt, das entscheidet sich erst heute spätabends. Ja, das wird auf jeden Fall spannend sein zu verfolgen, ob es denn wirklich genau so kommt. Wir haben auch gestern ein großes Interview dazu geführt, beziehungsweise meine Kollegin Lena mit Susanne Schier. Also wen das ganze Thema interessiert, da unbedingt mal reinhören. Anke, dir erstmal ganz lieben Dank für dein Börsenupdate und ein schönes Wochenende. Buy now, pay later. Wer kennt es nicht? Das Angebot, online zu shoppen und einfach ein paar Wochen später zu bezahlen, wird auch in Deutschland immer populärer. Praktisch auf der einen Seite und gleichermaßen gefährlich, denn immer mehr Menschen geraten so in die Schuldenfalle. Um da dann wieder herauszukommen, kann eine klassische Schuldenberatung helfen oder eine App. Gleich mehrere Startups haben sich dem Thema in den letzten Jahren angenommen und in eins möchte nun die Star-Investorin Verena Pauster investieren. Warum die App Fabit sie so überzeugt, das fragen wir sie jetzt. Frau Pauster, Sie haben live on stage beim OMR-Festival in Hamburg in das Startup Fabit investiert, beziehungsweise Sie haben sich committet, dass Sie es bald machen wollen. Fabit, das ist eine App, die Ihren Nutzerinnen und Nutzern hierzulande ein gesundes Finanzverhalten angewöhnen möchte. Wie genau definieren Sie denn jetzt ein gesundes und ein ungesundes Finanzverhalten? Da gehen die Meinungen ja schon sehr auseinander. Das stimmt und ich glaube, ungesund ist einfach, dass natürlich durch die vielen Möglichkeiten, man muss die Sachen nicht mehr kaufen, man kann sie auch leasen oder später zahlen und Raten zahlen und so weiter, viele Menschen natürlich auch in die Falle gelaufen sind, dass sie vielleicht mehr ausgegeben haben, als sie haben. Und diese Zielgruppe der Verschuldeten, die wird immer so ein bisschen weggedrängt, sozusagen aus der öffentlichen Wahrnehmung. Wir reden lieber über die, die bei Neobanken ihr Konto eröffnen und die, die viel Geld haben. Und das hat mich bei Fabit begeistert, dass das so ein bisschen wie ein Weight Watchers für Finanzen ist. Also wie behalte ich die Kontrolle über mein Geld und was ist, wenn ich die Kontrolle verloren habe, wie bekomme ich sie zurück? Ja, finde ich sehr interessant. Jetzt muss man aber auch mal sagen, wenn wir das Ganze von oben sozusagen objektiv mal beleuchten, diese Buy-Now-Pay-Later-Kultur, die ist ja zum Beispiel in den USA sehr weit verbreitet, aber auch hier nimmt das Ganze immer weiter zu, zum Beispiel durch Zahlungsdienstleister wie Klana. Stehen ja auch hart in der Kritik, immer mehr junge Menschen verlieren sozusagen Hemmungen, sich zu verschulden. Soll Fabit jetzt sowas wie die Antwort darauf sein? Ja, es soll zumindest die Antwort sein, dass man selbstsichere und besser informierte Geldentscheidungen trifft. Denn ich glaube, die meisten Menschen, die sich verschulden, machen das ja nicht mit einem festen Vorsatz aus, ich gebe jetzt mal mehr aus, als ich habe, sondern die rutschen da immer tiefer rein, weil man eben irgendwann feststellt und das ist ja dann nicht nur, wenn Zinsen plötzlich steigen und man vielleicht für wenig Geld Geld aufgenommen hat und dann kommt die Anschlussfinanzierung und die ist dann teurer, sondern eben auch, dass man so das Gefühl hat, ich habe keine Übersicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich überall jeden Monat Geld ausgebe und ob das eigentlich noch im Verhältnis zu dem steht, was reinkommt. Und deswegen ist Fabit jetzt nicht einfach nur, du hast Schulden, hier kannst du sie eintragen, sondern eben auch so eine Art Bildung, wie komme ich denn wieder raus, wenn ich die Kontrolle verloren habe? Und ich glaube, die Mischung, die ist gut. Die Mischung ist gut und da können wir, finde ich, auch ein bisschen stärker noch mal drauf eingehen. Ich meine, knapp neun Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind bereits überschuldet. Also wir müssen nicht darüber sprechen, dass der Markt auf jeden Fall da ist für Schuldnerberatungen. Aber Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, es ist ja nicht nur eine Schuldnerberatung, Fabit, sondern eigentlich auch noch viel mehr, eigentlich auch noch Bildung. Wie genau sieht das aus in der App? Wie lässt sich das abbilden? Genau, also die Zahl, die ich auch gesehen habe bei dem Fabit-Pitch, die fand ich noch viel erschreckender, dass acht von zehn Befragten, also fast 80 Prozent, sagen, dass sie aufgrund ihrer Schulden in ihrem Alltag eingeschränkt sind und deshalb auf Anschaffungen oder Aktivitäten verzichten. Also das ist ein Massenphänomen und nicht irgendwie eine Nische. Und was Fabit genau macht, ist, die geben erstens die Möglichkeit, Budgets und Ratenzahlungen zu planen, dass man eben auch eine zeitliche Übersicht hat, wann kommt denn welche Zahlung wieder auf mich zu. Eine Übersicht erstmal über die Schulden zu erstellen, dass man erstmal alles aufschreibt auf, wo habe ich eigentlich noch Außenstände. Sparpotenziale lassen sich in der App erkennen, dass man eben sieht, hier könnte ich eigentlich weniger für den Handyvertrag oder für die Versicherung oder für eben Ausgaben des täglichen Lebens einplanen. Und eben das letzte Finanzwissen aneignen aus, wie arbeitet mein Geld eigentlich auch für mich, kann ich eigentlich auch schon mit sehr kleinen Beträgen mein Geld anlegen, welche Rendite kann ich da erwarten. Das sind dann eben Richtung Themen wie ETF-Sparpläne und so weiter. Jetzt ist es ja heutzutage schon ziemlich modern geworden, solche Apps auch spielerisch zu gestalten. Wie ist das denn bei Fabit? Gibt es da so eine Art Challenge oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie möchte man die Menschen wirklich dazu bewegen, diese Vorsätze auch umzusetzen und einzuhalten? Also eine Challenge gibt es nicht, aber es gibt eine Community zum Austausch, denn das ist ja auch ein dann sehr bekanntes Phänomen, wenn man unter Druck ist, dann ist man besonders einsam. Dann denkt man, gerade beim Thema Geld und Verschuldung, da schreibt man ja nicht in WhatsApp-Gruppen oder sagt im Freundeskreis Leute, ich habe ein Problem, sondern man zieht sich eigentlich immer mehr zurück. Und ich glaube eine Community aus Gleichgesinnten, die sagt, ich habe das Problem auch und ich habe es wie folgt gelöst, da sind wir wieder beim Weight Watchers. Also alleine abnehmen macht auch keinen Spaß und meistens klappt es auch nicht so gut. Aber wenn ich eben weiß, hier ist eine Gruppe an Menschen, die gerade in der gleichen Herausforderung stecken, dann ist das, glaube ich, ein gutes Mittel, um sich da nicht so alleine zu fühlen. Und wie sieht es eigentlich aus mit einer Verbindung zum Konto? Ist die gegeben? Die ist bisher noch nicht gegeben, aber das ist natürlich perspektivisch absolut gewollt, dass man, wenn man ja jetzt schon Mobile Banking bei seiner Bank hat und da auch schon so Tortendiagramme kriegt aus, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus, dass das natürlich in Zukunft dann gelingt sein sollte zu, wo bin ich verschuldet oder wo laufe ich vielleicht am Ende des Monats in den roten Bereich. Also das ist perspektivisch alles möglich und ich freue mich einfach erst mal, dass so ein Thema so eine große Bühne wie bei der OMR bekommen hat, denn das war eine vollgepackte Halle. Das war die Voraussetzung, dass es mindestens eine Gründerin im Team geben muss. Und das ist eben auch so schön zu sehen, dass dieser Fintech-Sektor, der bisher ja sehr männlich ist, was die Gründer angeht, aber auch was die Konsumenten angeht, also die Nutzer von Neobanken, dass der jetzt immer weiblicher wird. Was würden Sie denn sagen, was unterscheidet Fabit von anderen Apps, die in eine ähnliche Richtung gehen? Es ist jetzt nur nicht die einzige App, die sich mit dem Thema beschäftigt. Nee, absolut nicht. Und ich glaube, was mich einfach besonders überzeugt hat, also erstens so ein bisschen die Vision, diese Schufa- und Kreditreforms dieser Welt auch so ein bisschen in die Neuzeit zu führen, dass man eben nicht so gebranntmarkt wird und jemand zieht sich so einen Auszug und sagt dann, nein, du bist nicht kreditwürdig oder du bekommst keinen Termin bei der Besichtigung von dieser Wohnung oder so, sondern dass man vorher so eine Art Indikator kriegt aus, so, ich muss jetzt was tun. Ich habe jetzt die Kontrolle verloren und so kriegen wir sie zurück. Und ich glaube, es gibt natürlich ganz viele Lösungen. Warum ich investiere oder in diesem Fall investieren möchte, ist, ich mag einfach, wenn ich das Team dahinter nicht nur glaubwürdig finde, sondern auch das Gefühl habe, die sind genau die Richtigen, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und als ich eben die Gründerin Susanne Krehl da auf der Bühne gesehen habe bei der OMR, habe ich einfach gedacht, da passt Idee und Mensch so gut zusammen, da will ich dabei sein. Finde ich großartig, ehrlich gesagt. Trotzdem, Sie sind auch Geschäftsfrau und deswegen auch nochmal die Frage, ich meine, die Idee und die Vision, das ist super, keine Frage. Aber wie sieht das Geschäftsmodell hinter dieser App aus? Also wie möchte Fabit profitabel werden? Genau, das ist, also die wollen natürlich dann irgendwann an dieser sozusagen Schuldenreduzierung auch verdienen, dass sie also entweder, und da stehen verschiedene Geschäftsmodelle im Raum sozusagen, ob man in Prozent an der Schuldenreduzierung verdient, ob es eine Art Flatfee gibt, ob man für die Bildungskomponenten, die diese App hat, bezahlt. Da werden ganz verschiedene Sachen ausprobiert. Aber ich glaube, was, weil Sie gerade sagen, Sie als Investorin, was ist Ihnen wichtig? Ich glaube, was auch noch gerade spannend ist und was mir besonders wichtig ist, was ist eigentlich die Bewertung von so einem Unternehmen, wenn man da als Investorin einsteigt? Denn die letzten zwei Jahre sind gerade im Fintech-Bereich die Bewertung ja in schwindelerregende Höhen gegangen, dass man als einfache Business Angel zum Teil gar keinen Spaß mehr hatte, da reinzugehen, wenn man das Gefühl hatte, da ist so viel Luft drin, bis man das zurückverdient, muss sehr, sehr viel passieren. Und das ist vielleicht jetzt auch im Moment so eine gesunde Korrektur, dass man das Gefühl hat, die Bewertungen nähern sich wieder an die tatsächlichen Prognosen an und sind nicht mehr solche Mondbewertungen, wie man sie zum Teil in den letzten Jahren gesehen hat. Und die Bewertung bei FABIT sieht wie genau aus? Gut, da kann ich natürlich jetzt schwer über einen Podcast drüber sprechen, weil das natürlich vertrauliche Informationen sind. Ich dachte, ich versuche es mal. Ja, absolut. Legitimer Versuch. Aber nein, genau, das sollen die Gründerinnen und Gründer irgendwann erzählen. Aber Fakt ist, dass der Austausch darüber sehr gut ist. Es ist nicht so nach dem Motto, das ist die Bewertung und friss oder stirb, sondern was bringt eben auch eine Investorin sonst noch mit oder ein Investor? Und ich glaube, die Mischung ist es ja immer, dass man sagt, das ist das Unternehmen wert. Aber wenn jemand eben auch noch mehr mitbringt als Hilfestellung oder Reichweite oder so, dann gibt es ja sogenannte Sweat Equity auch, dass man also einen Teil der Anteile auch für das kriegt, was man an Arbeitsleistung reinbringt, dann sinkt sozusagen die Bewertung. Okay. Also in Summe ein weiteres Mal, dass Sie als Investorin bei einem Startup eingestiegen sind oder einsteigen wollen, sagen wir es mal so. Noch ist die Sache ja nicht ganz durch. Sie haben heute Nachmittag, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, noch einen Termin. Das heißt, das Ganze geht jetzt in die finale Phase mit Fabit. Genau so ist es. Wir treffen uns hier so ganz Berlin-Mitte-mäßig im Soul-Haus und dann machen wir da hoffentlich einen Strich drunter im positiven Sinne. Und ja, und das ist ja nicht nur, dass ich mir nur Fabit angucke, sondern ich habe auch gerade in ein Unternehmen investiert. Es ist so eine digitale Privatbank, heißt Ride, ist auch von einer tollen Frau, Christine Kiefer, gegründet worden, die auch schon ganz viel im Fintech-Sektor gemacht hat. Und da geht also immer mein Herz auf, wenn ich tolle, smarte Frauen treffe mit Fintech-Ideen, die richtig Hand und Fuß haben. Und doch muss man ja sagen, in Summe ist es so derzeit, dass die Investitionsbereitschaft insgesamt ein bisschen zögerlicher geworden ist in Deutschland oder ist da die Wahrnehmung falsch? Total. Also 2020 sind 5 Milliarden ins Berliner Ökosystem an Venture Capital geflossen, 2021 schon 17 Milliarden. Also da gab es diese Zoomification von Venture Capital, dass auch amerikanische und außereuropäische Investoren plötzlich mit viel weniger Hemmschwelle in Deutschland investiert haben, weil sie eben auch nur ein Zoom-Call-Away waren, die Gründer und Gründerinnen. So, da sind natürlich unglaubliche Mengen an Geld in dieses Ökosystem geflossen. Und jetzt kann man spätestens seit dem 24. Februar sehen, dass die Fonds zurückhaltender werden, dass die Business Angels zurückhaltender werden, Inflation und erwartete Rezession tun ihr Übriges. Also das ist jetzt sicherlich mal eine sehr viel vorsichtigere Phase, als wir sie in den letzten Jahren erlebt haben. Und trotzdem für die Gründer und Gründerinnen da draußen, Krisenzeiten, Zeiten, in denen Probleme besonders sichtbar werden, sind Gründerzeiten. Weil es wird immer Menschen brauchen, die die echten Antworten auf echte Probleme geben. Und das tun nicht Investoren, sondern das tun die Unternehmer und die Unternehmerinnen. Und deswegen bin ich grundsätzlich, was die Branche und das Ökosystem angeht, sehr positiv. Aber es kommt jetzt mal so ein bisschen wieder in normalere Bahnen, nachdem wir die letzten zwei Jahre sicherlich sehr große Bewertungshypes hatten. Gab es denn mal Momente, wo Sie vielleicht auch von Investoren, KollegInnen verunsichert wurden? Darüber, dass es vielleicht im Moment eben aufgrund der aktuellen Risiken, Sie haben es ja gerade schon gesagt, seit dem 24. Februar spätestens Ukraine-Krieg, aber auch vorher schon Corona und so weiter und so fort, viele Risiken im Moment, Inflation und so weiter, dass es vielleicht keine gute Idee wäre, zu investieren. Hat Sie da mal irgendeinen Moment, gab es so einen unsicheren Moment, wo Sie dann am Ende aber gesagt haben, nee, ich gehe trotzdem straight forward? Nee, ich bin so eine Überzeugungstäterin, dass ich einfach denke, wenn wir Bildung, Climate Tech, also Investitionen in die Energiewende, Food Tech, also wie ernähren wir 2050 10 Milliarden Menschen anders als mit rein tierischen Fetten und Proteinen. Bei all diesen Themen denke ich einfach, da mag es immer kurzfristige Schwankungen, Risiken, Rückschläge geben. Aber generell sind das die großen Themen unserer Zeit und wie immer beim Investieren, man muss Durchhaltevermögen haben, man muss einen langfristigen Horizont ansetzen. Und wenn ich jetzt so im Jahrestakt da schwanken würde und sagen würde, jetzt bin ich doch kein Business Angel mehr, weil jetzt ist die See gerade rauer und nächstes Jahr, wenn es wieder alles toll ist, dann gehe ich wieder opportunistisch rein. So funktioniert es nicht und das ist auch nicht meine Überzeugung. Ich gehe ja nicht als Business Angel nur in Unternehmen rein, um eine Rendite zu erwirtschaften, sondern eben auch, um zu helfen, dass Ideen in die Tat umgesetzt werden, die die Welt braucht. Und deswegen, ja, lasse ich mich davon irgendwie nicht abschrecken. Ich bin jetzt auch nicht total naiv und leichtfertig, dass ich sage, okay, in solchen Zeiten wie jetzt gerade gebe ich nochmal besonders Gas. Aber ich nehme den Fuß eben auch nicht vom Gas. Also diesen Bereichen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Startup-Branche insgesamt schauen, ich erinnere mich, das ist jetzt glaube ich ein oder vielleicht anderthalb Jahre her, da haben wir beide ja schon mal gesprochen hier im Podcast, auch ganz allgemein über die Startup-Szene. Wo steht sie denn heute? Was hat sich verändert? Weil damals, ich erinnere mich, dass wir oder dass die Tonalität in dem Interview auch schon die war, zu sagen, es gibt so viele Ideen, so viele Startups, so viele junge Unternehmen, die sich gerade aufstellen. Aber es braucht auch eine gewisse, so ein gewisses Durchhaltevermögen, dann auch wirklich sich nachhaltig im Markt zu positionieren. Wo steht diese Szene jetzt? Hat sie das geschafft? Also das hat sie auf jeden Fall geschafft. Das ist keine Bubble wie in der New Economy, wo man jetzt sagt, oh, mal gucken, ob das nicht alles wieder weggeht. Also nehmen wir mal Beispiele wie HelloFresh, die machen sechs Milliarden Umsatz, sind im DAX, sind profitabel, machen 50 Prozent ihres Umsatzes in den USA und sind da Marktführer und haben einen Markt begründet, der jetzt 25 Milliarden groß ist, den es de facto gar nicht gab vor zehn Jahren. Als ein Beispiel. Dann die ganzen Climate-Tech-Beispiele. Zola, die Solarpanels verbauen, haben gerade eine 100 Millionen Kapitalrunde gemacht. Das heißt, Investitionen in Klimaschutz, die gehen jetzt eigentlich gerade erst im großen Stil los. Und es gibt einfach diverseste Unternehmen Personio, Celonis und wie sie alle heißen, die einfach, ja, too good to fail sind. Also die sind einfach so groß und haben in ihrem Markt so eine Stellung erreicht, dass man da wirklich hoffen kann, dass es eben mal zu Ende ist, dass wir sagen, das letzte große Tech-Unternehmen wurde mit SAP irgendwie in den 70er Jahren gegründet. Also da bin ich sehr optimistisch, dass das ein echter neuer Wirtschaftszweig ist. Und was sich aber verändert hat im Vergleich zu vor anderthalb Jahren ist, the war for talent is over, talent has won. Also wenn man sich anguckt, wie die Gehälter in die Luft gehen hier, wenn man sich anguckt, wie viel die Unternehmen tun müssen, um Talente für sich zu gewinnen. Ich glaube, LinkedIn baut jetzt so Workation-Büros in Costa Rica einfach nur nach dem Motto, wenn ihr auch mal da arbeiten wollt, dann haben wir da auch noch was Schönes für euch. Also das treibt unglaubliche Blüten und das ist aber eine Reflexion, dass wir weniger Talent als Arbeitsplätze und Nachfrage und Bedarf haben. Und das, ja, das wird die große Herausforderung unserer Zukunft, weshalb ich mich ja auch für Bildung so engagiere, weil das ist am Ende die Ressource, die wir haben in diesem Land und da müssen wir noch einen besseren Job machen, die auch zu heben. Und ich finde, wo auch noch ein besserer Job gemacht werden könnte, ist die Möglichkeit zu bieten, in solche Unternehmen zu investieren und zwar als Privatanleger. Weil wenn wir uns jetzt die ganzen, ich sag mal, Fintechs hier, die Neo-Trading-Apps von Trade Republic und so weiter anschauen, ich finde da noch nicht so wirklich viel. Zumindest ist das Angebot von, sagen wir mal, konventionellen ETFs und Co. doch ein bisschen größer. Wenn Sie jetzt mal einen Tipp geben müssten, wie kann ich denn als Privatanleger gut in solche neuen Bereiche und Unternehmen investieren? Also ist absolut richtig Ihre Beobachtung, dass das noch völlig unterrepräsentiert ist. Also zum einen gibt es und gerade auch im Frauenbereich finde ich ganz spannend mit Encourage Ventures oder den Venture Ladies oder Auxo Vehikel, wo sich Frauen zusammengetan haben, die sagen, ich möchte in diese Asset-Klasse investieren, aber ich möchte das zusammen mit anderen machen, damit erstens die Ticketgröße, mit der ich investiere, nicht so hoch ist und ich zweitens auch sozusagen zusammen lerne, in was ich reingehen sollte. Und dann gibt es mit zum Beispiel Quantum Capital die Möglichkeit, dass man eben in diese Asset-Klasse investiert. Die haben im Prinzip in Fonds, in Venture-Capital-Fonds investiert und das dann an die Börse gebracht, dass ich da mich beteiligen kann oder ich im Prinzip Aktien kaufen kann und dann aber in dieser Asset-Klasse investiert bin. Und ich glaube, das brauchen wir noch viel mehr, weil diese hohe Hemmschwelle aber auch der niedrige Zugang zu dieser Möglichkeit in Startups zu investieren ist schade, denn am Ende wollen wir ja nicht nur immer die Verluste und die Risiken sozialisieren in diesem Land, sondern auch, dass viele Menschen an den Chancen partizipieren. Und das ist am Ende ist aus meiner Sicht die Startup-Szene eine große Chance. Und trotzdem muss man sie natürlich entsprechend diversifizieren, weil das einzelne Investment sehr risikoreich ist. Also da erhoffe ich mir einfach noch viel mehr Vehikel und Möglichkeiten, dass es nicht nur einigen wenigen vorbehalten ist. Das werden wir in jedem Fall in der Zukunft beobachten und ich bin mir sicher, wir sprechen uns dann irgendwann nochmal dazu. Frau Pauster, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, bis bald. Und zum Schluss noch unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Also bitte informieren Sie sich vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Christian Heinemann. Das war's für diese Woche von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald. Bis bald.